Halaliel. Halaliel ist ein Erzengel, der insbesondere bei Edgar Cayce eine Rolle gespielt hat. Edgar Cayce. Halaliel wird als Engel bezeichnet und Halaliel erschienen dem Edgar Cayce Mitte der 30er Jahre. Halaliel gilt als Engel, der gegen die gefallenen Engel gekämpft hat. Halaliel, also ein Engel, der ein Gott des Karmas ist. Halaliel gilt als Herr des Karmas. Halaliel ist derjenige, der hilft, dass man mit seinem Karma gut zurechtkommt und dass man sein Karma, sein Schicksal auch annimmt.